Hi und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge von Hashtag Ask BLEA, meinem Advent-Special. Und die heutige Frage kommt von Leon Waschewill und der Frage, was ist dein Lieblingsfilm oder Serie? Und die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, finde ich, da ich nicht wirklich so einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie habe, da ich relativ viele Sachen immer gucke, aber ich kann euch mal ein paar meiner Lieblingsserien und Filme aufzählen. Also ich gucke sehr gerne zum Beispiel How I Met Your Mother, Two and a Half Men, One Piece, The Mentalist. Boah, das habe ich noch gerne gesehen. Game of Thrones ziehe ich mich auch gerne an. Breaking Bad fand ich auch wirklich gut gemacht. Und was fehlt mir noch, so ein Lieblingsfilm, was habe ich, Harry Potter auf jeden Fall, die ganze Harry Potter-Filmreihe, die habe mich eigentlich so aus meiner Kindheit begleitet, gehört absolut zu meinem Lieblingsfilm. Dann die Matrix-Triologie finde ich auch extrem geil, auch wenn sie schon etwas älter ist. Ähm, das hat mir noch so gefallen, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Hm, ja, von den Serien vielleicht eventuell noch, was heißt eventuell, eigentlich richtig gut gemacht, finde ich auch Doctor House, habe ich auch ein paar Mal gesehen, alle acht Staffeln, finde ich auch mega gut gemacht. Und House of Cards, finde ich auch extrem gut, hat mir auch gefallen bis jetzt, mal schauen, wie es da noch weitergeht. Und ich würde sagen, ich bin generell sowas, ich bin eher mehr so in Richtung Action, Filme und Serien, aber eigentlich auch Comedy. Also, ja, vielleicht habe ich euch so einen kleinen Überblick gegeben, was mir eigentlich so im Großen und Ganzen gefällt. Und ich hoffe, ihr habt eine Frage damit etwas beantwortet, da ich sie doch sehr schwer zu beantworten finde, die Frage. Muss ich sagen, weil es so viele gute Filme und Serien gibt, da kann man jetzt wirklich eine Entscheidung treffen. Aber, ja, ich habe halt da so meine Lieblinge und ich hoffe, ja, ich habe dir die Frage damit gut beantwortet. Lass mir auch gerne noch weitere Fragen, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich bedanke mich für's Zusehen und bis morgen. Ciao.